Oh, lol, 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 Maloui, komm zu mir! Warte, ich bin mal weg. Was ist das denn? Ah! Hä? Hallo, Marc! Oh Gott, macht er Schaden. Greif ich bloß hier. Feuerio zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradox mit Erli. Oh, hallo, nehmt mich noch mal anders zu setzen. Ja, das gab ja jetzt ein paar Folgen, nicht? Erli, der ganze Raum wird grün. Ist schon aufgefallen? Ja, das ist ja auch der Plan. Die brauchen wir, ja. Ich hab ja extra hier die Schere. Weißt du eigentlich, wie oft die Leute, ich meine, ihr wusstet das ja nicht, dass wir das so mega vorproduziert haben, aber wir haben halt eine ganze Menge vorproduziert. Wir wissen, dass das scheiß Zeug an die Decke gehört. Na, Erli? Das kommt an die Decke. Was? Das Zeug? Die Büsche wachsen nur an der Decke. Doch. Nur an der Decke. Nur an der Decke. Weißt du, wie oft die Leute das in die Kommentare geschrieben haben? Weißt du, wie oft... Warte, die anderen haben aber auch was abgemacht und die wachsen. Die, nein, die gehören nur an die Decke. Ich zeig dir das. Die gehören nur an die Decke. Nein, die gehören nur an die Decke. Ich zeig dir das. Die wachsen doch. Die müssen an die Decke. Die wachsen trotzdem. Aber die müssen an die... Wie, die wachsen? Du sollst sie an die Decke packen haben, die Zuschauer. Weißt du, wie oft die das geschrieben haben? Hast du deine Kommentare nicht gelesen? Ja, pass auf. Komm her, hier. Ja. Zeig dir. Zeig dir. Ja, okay. Die hier sind jetzt bei 62... Oh, jetzt zeig dir das auch an. Die Prozentzahl. Finde ich cool. Das gab ein Update. Ja, es gab ein Update. Guck hier. Der hier ist auch bei 62 Prozent. Und der hier ist bei 50 Prozent. Ja, die wachsen, aber die sind... Die droppen das nicht. Aber die... Der hier hat auch schon... Aber die Zuschauer... Das geht so nicht. Jetzt hat doch mal auf. Ja, okay. Wo hatten wir denn... Das war oben, ne? Ich muss jetzt gerade mal gucken. Wo waren wir denn in den Quests? Wir mussten... Consume-Task. Ach so, da mussten wir das Zeug abgeben. Aber ich habe noch eine Baking-Energy. Da kann ich mir noch eine Belohnung aussuchen. Ich nehme... Es gibt Pferdefleisch. Lecker. Nicht. Lecker. Das war dir. Was ist denn Muton? Muton? Was ist mit Muton? Nicht Muttern. Muton. Mutter. Du bist auch so eine Mutter. Außerdem, Alter, wie war das denn jetzt nochmal? Wenn ich jetzt hier so ein Erz habe, so ein kleines Iron-Ore-Ding, was muss ich damit machen? Hallo, ich habe gerade keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben die letzte Folge... Boah, wann ist das her? Vor zwei Wochen? Das war bevor ich das erste Mal weg war. Da war ich vor über drei Wochen. Haben wir zuletzt aufgenommen. Das ist ein bisschen schwer jetzt gerade, hier klar zu kommen. Und wir haben natürlich das Mod-Pack geupdate, da gab es nämlich ein Update. Das heißt, es gibt auch neue Quests und neue Änderungen. Mal gucken, was es da Neues gibt. Ah, jede Menge Zeug, jede Menge Secrets. Oh, es gibt Secrets? Secrets? Wie, Secrets? Habe ich das noch nicht gesehen? Guck mal, es gibt Secrets. Das war der hier, ne? Zum, zum, genau, Decomposer. Es gibt lauter neue Quests. Guck mal, bitte. Da war nochmal Zellulose gedacht. Für alles Mögliche. Ach, du ahnst es nicht. Guck mal, wie viele Quests es gibt. Ja. Und geh mal auf Secrets. Da haben wir schon was fertig. Hm. Ja. Hyprogen, Oxygen. Secrets, okay. Da gibt's Donuts. Lava-Lampen. Buying items. Das war die Dachen herzustellen. Genau. Paradox-Limiter. Damit er gepowert werden. Aha. Hm. Können wir nicht irgendwie... Balui. Erdi. Was gibt es denn hier? Gibt es hier... Boah, wie hier heißt denn das Ding? Döner? Ach, da scheiß er ist an. Fällt das hier irgendwie aufstellen? Off-in-Sorting-Rule-File. Off-in-Sorting-Rule-File. Have no more options. Stress-Buttons. Nein, 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 nein. Mann, das ist so scheiße. Was weinst du denn jetzt schon wieder? Ich drück die ganze Zeit er, auch wenn ich die ganze Zeit was suche. Sobald ich auf er drücke, sortiert er mit Inventar um. Wenn du Inventar aufmachst und er drückt. Passiert bei mir nicht. Bei mir kommt nur ein klick, 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 klick. Hast du Sachen im Inventar? Nicht nur in der Hotbar, sondern im Inventar. Ja, natürlich habe ich Sachen im Inventar. Haben wir einen Ofen eigentlich? Ja, haben wir oben, oder? Das Iron-Ore, das musst du in den Ofen packen. Ach, das ist ja. Boah, wie war das immer? Ja, da kommen nur Nuggets raus. Ich sehe es gerade. Huah. Aber ich gucke jetzt einfach mal, wo wir gerade... Boah, Alter, ist das scheiße. Wenn man von drei Wochen aufgenommen hat, dann nicht mehr weiß, wo man war. Wir mussten, aha, Gras, Weizen, Carrots und Seeds. Da gibt es dann Tiere für. Eine Tierkarte, okay. Carrots, wir brauchen... Ah, okay. Hier steht, wie man Möhren herstellt. Du müsstest mal sechs chemische Möhren machen. Und zwar brauchen wir C20, H29 und HO. Verbreit Energetics, da kam noch so was. Ich gucke mal ganz kurz. Kannst du mal ein ME-System bauen, Baloui? Ja, genau. Ich baue jetzt schon ein ME-System. Von was? Wo sollen wir bitte Fluex herbekommen? Ja, das ist chemisch her. Ah, Retinol kann man herstellen. Retinol. Retinol gab es aus 20 C, H29 und ein Hydroxid-Ion. Haben wir noch 20 C? Gibt es die Kabel? Haben wir. Gibt es Energiekabel, Baloui? Ja, gibt es. Das sind die gleichen wie bei Marc, theoretisch. Nee, die ich da benutze, die haben sie, glaube ich nicht. Sicher? Ja. Glaub ich dir nicht. Weil die, die ich benutzt habe, die waren von Applied Energetics. Ja, und die sind verlustfrei und wandeln automatisch EU in RF und andersrum um. Und wir haben die hier nicht drauf, die Mod. Guck doch mal. Siehst zumindest nicht. Hydro gehen da, 29. Generell, wenn ich Kabel suche, ich finde hier keine Kabel, ich bin die nur, wo haben wir denn, ME-Coverage-Kabel, ich finde nur ME-Kabel. Ach, gib doch mal Conduit ein, Conduit. Da sind sie doch. Da sind doch die ganzen. Von Ender-IO musst du die Dinger nehmen. Ja, das sind aber nicht die, die ich hatte, aber die gehen auch. Das sind aber die Besten. Ähm. Nee, die, die ich hab, die sind die Besten. Mit dem Markt. Ja, okay, die hab ich noch nicht gesehen. Weil die sind auch komplett verlustfrei. Deswegen, dir bin ich jetzt wieder raus. Ich war gerade bei Möhren. Ich wollte Möhren bauen. Nie lässt du mich mal eine Möhre bauen. Wo kriegen wir Gravel und Sand her? Aus der Maschine. Wie immer halt. Wahrscheinlich mit dem Hammer klein machen, wie bei Agrarian Skies. Hydroxid-Ion. Wo kriegen wir das jetzt her? Wir brauchen Blue-Aloy-Enget oder Red-Aloy-Enget. Bitte tun wir es zusammen. Ach so. Okay. Jetzt will ich, dass man keine Seite zurückspringen kann. Hydroxid-Ion. So. Ich mach jetzt mal eine Möhre, so Nervensäge. Warum ist denn hier noch alles voll? Von dem Schweiß hier. Das hier. Purple-Aloy-Enget. Das sieht aus. Ja. Das geht nicht, aber Louis. Oder wie kann man denn noch mal gucken, wegen dem chemischen? Das geht nicht, ne? Wie? Du klickst drauf und hast das Rezept da. Was ist denn alles nicht mehr? Jetzt gemacht. 3-Carbon-Nanotube. Das haben wir glaube ich nie, oder? Sag mal, das Spiel willst du mich eigentlich jetzt gerade vollkommen verarschen? Wie stellt der Carbon-Nanotube? Wo ist denn hier noch ein Nanotube her? Nein, ich. Warum fragst du mich immer so was schwieriges? Oh Gott. Wer hat das Chemiebuch? Du gerade? Ne. Ah ne, ist noch in dem Mikroskop drin. So, Carbon-Nanotube brauchen wir dafür. Wo ist mein, 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 mein hergestelltes? Wo ist es hin? Da. Ich dachte schon gerade. Für Carbon-Nanotubes müssen wir einen Block of Diamonds in den Chemie-Ding packen. Ja, natürlich, ein Block of Diamonds. Das kann man bestimmt auch noch anders herstellen, du Spinner. Oder mit 4-6-Carbon. Ja. Selbe Carbon her. Ich gehe mal eine Möhre anpflanzen, das ist nicht so kompliziert. La la la, weil wir müssen Möhren haben, Möhren haben, Möhren haben. Wir haben 41-Carbon bei Louis. Ja, und? Carbon kommt ja auch fast überall raus. Pinke Farbe, wir brauchen pinke Farbe, pinke Farbe, warum haben wir hier so viel Zeugs, Tomaten? Eins, zwei, drei, zack, Quest fertig. So, wo waren wir jetzt? Ich glaube, wir sind immer eine Quest, was wir machen müssen. Guck mal, lieber, ich habe eine Quest fertig gemacht, sei mir dankbar. Wir haben nur noch zwei Leben, ne? Wir hatten schon immer nur zwei Leben. Nein, du bist gestorben. Wir hatten schon immer nur zwei Leben, du bist gestorben. Die Klappe. 1420 pinke Farben brauchen wir. Ich bin noch nie gestorben. Nein. Ich brauche noch die Mop. Oh, hier sind die Carrots. Wieso kann ich denn die Mop-Tomaten nicht ernten? Da war eine Quest fertig, nimm mal die Carrots. Hast du die schon? Ja, die habe ich doch gerade gemacht. Wie er mir wieder nicht zuhört. Es fängt schon wieder genauso an wie immer. Hi, ich bin Early Boy, ich brauche mal Louis. nicht zuhören. Ach, vielleicht sollte ich nicht grüne Tornen. Können wir uns einfach so einen Angel bauen, weißt du das? Probier's, würde ich sagen. Also hier oben sind auf jeden Fall die Karten, wenn du irgendwas brauchst. Für Cobblestone. Und ich meine, wir kriegten doch Gravel und so mit dem Hammer draufhauen, oder nicht? Gucken wir mal eben. Gravel, hier ist ja auch unser... Unser... Watt, da kriegen wir eine Entity-Card für. Pulverizer. Pulverizer. Ja, leider gibt's nur Pulverizer, wenn du Gravel brauchst. 16 Carbon und 16 Kohle brauchen wir. Haben wir Kohle, Balloui? Weißt du, wie wir Kohle herstellen? Das aus Carbon, glaube ich. Oder so in der Art. Guck mal, die wollen uns alle mit Karten zuschmeißen hier. Aber wie kriegen wir das alles? Erstmal meine Mobfarbe abkontrollieren. 8 Carbon ist 1 Kohle. Ja, sag doch. 8 ist 1 Kohle. Wie viel habe ich gesagt, brauche ich? 2. 16. 8 Carbon. 8 mal 16, mal du. Ich kann gar nicht rechnen, mein Kopf ist gerade auf. Alter, 8 mal 16 ist eine große Zahl. Ja. 10 mal 16 wäre 160. Cool, oder? Und 8 mal 16, 10 mal 16 ist 160. Minus 32 sind 128. Da muss man mal gucken, wo man das rausproduziert. Ich glaube, aus Cobblestone kommt ziemlich viel davon raus. Oh, meine kleinen Monster. Aus Carbon, nein. Carbon kriegen wir nur aus Kohle. Nein, stopp, das kommt nicht hin. Ah, aus 218 Sachen. Wo kommst du denn her? Warum können die irgendwo Monster spawnen? Was soll denn das schon? Worum alles in der Welt kommen die her? Wo kommen die her? Wo kommen die her? Keine Ahnung. Hier sind Monster in der Base und ich weiß nicht, woher sie kommen. Hallo? Garntpowder, kommt auch Carbon raus. Die Leute haben auch geschrieben, wir sollen doch einfach mal unseren Tank anzapfen, also den Lava-Tank. Wir sollen einen Lava-Generator bauen und dann einfach den Lava-Tank anzapfen. Da hätten wir doch genug, äh, genug Energie. Da haben sie auch recht. Wo ist denn der Lava-Tank? Wir haben den Lava-Tank? Ja, wir haben den ganzen Tag voll Lava hier oben. Das ist ja Wasser-Tank. Und hier ist ein Zombie. Ja, das Problem ist, die liefen gerade hier durch die Base und ich weiß nicht, woher sie gekommen sind, weil hier ist doch alles dicht eigentlich. Und man sieht auch nicht, wo wer spawnen könnte. Aber ich höre sie doch. Hier ist einer drin. Oh, lol, 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 maloui, kommst du hier? Warte, ich bin mal weh. Was ist das denn? Ah! Hä? Hallo, Marc! Oh Gott, macht der Schaden. Dein, für bloß die Arme, Louis. Das ist ein Wobz-Zombie, der könnte... Oh, der hat aber was interessantes Troppen lassen. Eine Münze, äh, the treasure. Wow. Ja, ich habe gerade keinen Platz im Inventar. Ich müsste jetzt aufräumen. Ich weiß wie jetzt, ich mache sie auf. Ja, okay. Warte hier. Da. Oh. Da ist eine neue, pinke Farbe. Hä, wo denn? Hä, hier hast du. Goldcoin. Bling, 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 bling. Mundane Amulett. Das ziehe ich an. Wie, wat, was? Wie sollst du ein Amulett geringen? Das ist mir verarschen. Das ist noch nicht verzaubert, das bringt eh nichts. So. Und eine Knowledge-Trap Man. A Knowledge, äh, das ist von Tom Craft. Hm. Boah. Jetzt Charcoal, brauchst du die Charcoal? Die können wir ja auch neu machen, wir haben ja schließlich Bäume. Gut, dann packe ich mal hier die Sugarcans in den Kram rein. Äh, wie kann ich denn nochmal diese pinken Bäume-Büschel herstellen? Äh, ich glaube mit Dwayne's außenrum und ein pinkes Ding in der Mitte. So, Portable Tank werden hier hergestellt aus, das ist ja einfach. Was war das? Haben wir schon eine Karte für Copper? Keine Ahnung. Eine Copper-Karte? Warte mal, hier oben sind die Karten. Hallo, ich lecke gerade schon wieder. Ja, ich weiß, hier leckt man immer. Redstone, Firestone, Slime? Oh, schade. Na, das schweb, man sollte das mal einfach, das brauchen wir ja nicht, oder? Wir machen ja kein Tom Craft wahrscheinlich, oder? Natürlich mal mit Tom Craft. Lässt du das wohl da drin? Und da ist Zeug drin, wieso sind da Chemikalien drin? Oh, also das Amulett wird ja auf jeden Fall hier verballern, weil das brauchen wir eh nicht. Das brauchen wir mit dem Amulett. Wie er alle unsere wertvollen Sachen einfach verballern will. Ja, auch und das brauchen wir nicht. Nö, das eigentlich auch nicht. Nö. Nö, nö. Dö, 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 dö. Die haben so viele Quests. In der Decke machen wir das auch mal. Dass ich echt nicht weiß, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Copper. Es muss doch irgendwo jetzt in der Hauptquest dann irgendwo eine Karte geben, wo ich Copper herkriege. Dann suchen wir die jetzt mal. Was gibst du mir? Eine Katze. Du gibst mir was anderes. Enderman. Grindy. Grindy gibt eine Itemkarte für, keine Ahnung, was das sein soll. Das könnte was sein. Quartz, Grindstone. Yeah, Grindstone. Ja, ich hab meine Aufnahmen gestoppt. Ich bin zu gut. Du musst jetzt sagen, mein Ende ist. Jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende. Ja, dann hab ich sie ja doch zeitnah gestoppt. Ich Experte. Gut, also. Malui. Ja, wir haben euch heute die ganze Folge gefallen. Falls ihr auch das läuft, dann schon öbendor. Und schaut euch die Tage zu nächsten Vögel. Ich wüsste Bescheid. Haut rein. Tschüss. Dann. Toodoloo.